Ersatzkassen ist man weniger zufrieden. Hier ist die Rede von einer Fehlsteuerung durch den Finanzausgleich unter den Kassen. Anders als bei den Ortskrankenkassen gleiche der die höheren Ausgaben der Ersatzkassen nämlich nicht aus. Bundesgesundheitsminister Gröhe will im Herbst ein Gutachten vorlegen, ob der Finanzausgleich reformiert werden muss. Wie führt aktuell Bayern? Mit Beate Posch. Vor der krieglichen Attacke eines Afghanen auf einen Buben in Arnschwang haben die Behörden aber nicht gewusst, wie gefährlich der Mann ist. Dabei kamen auch das Gericht in München als auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu dieser Einschätzung. Michael Buchner. Die Regierung der Oberpfalz, die für die UN-